Diesmal in die Berge gereist. Servus aus Oberstdorf. Hier trainieren nämlich die deutschen Eiskunstlaufstars. Ja, ja. Und eine der besten ist die Susanne Stadelmüller. Die muss hier doch auch irgendwo sein. Ah, da ist sie ja. Puh, Susanne, wird ihr dabei nicht schwindelig? Nee, Tabaluga, das ist alles Übungssache. Das mache ich so oft. Ich bereite mich gerade für den Wettkampf vor. Da muss alles perfekt sitzen. Und das ist eine Waage-Pirouette. Eine Waage-Pirouette. Aha. Also ich würde dabei einen Drehwurm kriegen. Und wie gelenkig du bist. Ja, das ist gut. Das langt schon. Aber jetzt müssen wir noch mal versprüngeln. Sprünge sind keine leichte Sache, hm? Man muss halt gucken, dass man genau im richtigen Moment abspringt, sich streckt und dann wieder sicher landet. Ich meine, Sprünge sind schon schwierig. Und man kann auch ab und zu mal hinfallen. Aber wenn man alles beachtet, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und du hast keine Angst vorm Stürzen? Nein, weil es tut eigentlich auch gar nicht weh. Ab und zu muss man aber echt aufpassen, weil das Eis kann hart sein. Also doch. Und was gehört noch so dazu? Dann nehmen den Sprüngen eben auch aufs schöne Laufen. Das ist fast wie Tanzen, nur dass ich es eben auf dem Eis mache. Und da muss man eben viel, viel trainieren. Wie oft musst du denn trainieren? Ja, sechs Tage die Woche. Bis zu drei Stunden jeden Tag. Aber das Wichtigste ist ja, dass es Spaß macht. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und für die ganz kleinen Eisläufer bist du ja ein richtiges Vorbild. So klein habe ich auch mal angefangen. Komm, üben mal was. Wie lange fährst du denn schon, Schlittschuh? Angefangen habe ich, als ich sieben Jahre alt war. Und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich immer mehr trainiert. Und jetzt bin ich halt hier, soweit ich bin. Eine richtige Eiskunstlaufmeisterin. Ups! Das ist einfach umdrehen. Genau, einfach umdrehen. Das sortiert sich, oder? Genau. Aber sag mal, bei so viel Training, wie machst du das eigentlich mit dem Lernen? Ja, also ich mache gerade Hausaufgaben. Das ist der Weiß, unser Hausaufgabenbetreuer. Also der hilft mir dabei, weil das muss ich auch jeden Tag machen. Puh, du bist ja ganz schön beschäftigt. Ja, zwischen drei und vier habe ich dann Athletiktraining. Denn ich muss ja immer fit sein. Eine Kür dauert über vier Minuten. Und da braucht man schon ganz schön viel Kondition. Verstehe. Ohne ein bisschen Muckis zu trainieren, geht dir auf dem Eis die Puste aus. Wo ist denn da das Eis? Ach so. Um deine Kür zu üben, machst du manchmal Trockentraining. Und was machst du, wenn du mal Freizeit hast? Also was mir total Spaß macht, ist, wenn ich mit einer guten Freundin bummeln gehe. Oder wir gehen einen Kaffee trinken. Und was ich ganz gern tue, ist einkaufen gehen. So, Tabaluga, jetzt müssen wir aber gehen, denn morgen sind Meisterschaften. Tschüss. Tschüss. Die deutschen Meisterschaften. Bist du da nicht super aufgeregt? Also vor dem Wettkampf habe ich natürlich ein bisschen Lampenfieber, aber das gehört mal dazu. Und wenn ich dann auf dem Eis bin, denke ich mir, jetzt kannst du den Leuten zeigen, was du kannst. Natürlich muss ich mich konzentrieren, aber alles geht dann fast wie automatisch. Und weil bei dir alles so gut klappt, bist du ja auch schon zum zweiten Mal deutsche Meisterin geworden. Drachen stark, Susanne! Aber es war ein Sturz und die Preisrichter fitierten das mit dem zweiten Platz. Ja, die Luft ist ein bisschen warm wegen der Menschenmenge und man kriegt schwer Luft. Und ich denke, es war einfach auch, der Lust war ja sehr hoch und ich war ein bisschen überwältigt. Und dann muss man sich erstmal wieder beruhigen und dann geht man so schnell in den Flip rein, weil man will es jetzt einfach machen und dann geht es ab und zu nicht. Seit anderthalb Jahren wohnt und trainiert die junge Eislauföffnung im Oberstdorfer Leistungszentrum. Und dort zog sie sich nach dem Kurzprogramm auch auf ihr Zimmer zurück. Susanne Stadelmüller, ein Teenager mit Vorlieben für die Musik, viel einkaufen und das Lesen. Der Wettbewerb quasi an heimischer Städte und auf gewohntem Eis. War das für Sie nicht ein entscheidender Vorteil? Ja, also ich finde scheinbar, ich habe hier viele Freunde, die unterstützen mich auch. Und es ist alles wie gewohnt, also ich kenne das Eis. Ich schlafe in meinem Bett und es ist viel besser. Dennoch, nur ein Wettbewerb entscheidet über die Nominierung zu den Europameisterschaften. Ist das nicht eine wahnsinnige Belastung? Ein gewisser Druck ist schon dabei. Aber ich meine, ich denke, ich habe jetzt viel Wettbewerbserfahrung auch international gesammelt. Und ich bin recht gut vorbereitet und ich hoffe halt, dass sich meine Leistung zeigt. Der Tag der Entscheidung. Und da waren die nach dem Kurzprogramm führende Berlinerin Caroline Gülke sowie die frühere Meisterin Eva-Maria Fitze aus München ihre Rivalinnen. Auch der Vater von Susi, der viel in die Karriere seiner Tochter investiert hatte, wusste, in der Kür musste fast alles stimmen. Nur die Beste darf ja zu den Europa- und Weltmeisterschaften. Hier der Doppelachsel. Wir sind in der letzten Minute ihres Programms zur Musik der Blues Brothers. Und nach zwei Patzern durfte sich Susanne Stadelmüller keinen weiteren Fehler erlauben. Jetzt musste sie vor allem für die B-Note, für die Schönheit der Darbietung laufen. Susanne Stadelmüller, international im Seniorenbereich bereits top. Jetzt muss sie sich aber erst noch im Seniorenlager beweisen. Die junge Schwebin am Ende ihrer Kür zwischen Hoffen und Bangen. Ihre Leistung war nicht optimal, aber auch die anderen patzten. Und dann die Erlösung für Trainer Michael Huth und die Stuttgarter Choreografin Natascha Gewisch. Tatsächlich hatte Susi über die bessere B-Note den Titel verteidigt. Letztes Jahr war ich ja überhaupt nicht drauf gefasst und dieses Jahr wusste ich, dass ich drauf habe. Und es war schon ein anderes Gefühl. Also dieses Jahr war es schon schwerer. Am Ende dann doch noch eine von ihren Emotionen überwältigte Susanne Stadelmüller. So liebe Zuschauer, verbleiben mir noch die Hinweise auf den Sport für die kommende Woche. Am Dienstag um 23.55 Uhr Volleyball-Champion. Mit dem Thomas Rotfuß, dem Sänger. Man... ... ... ...